Das Geschäft Broxenmoor gibt es seit 1993, mit dem Schwergewicht auf handgemachten und rahmengenähten Schuhen. Die Herrenausstattung umfasst masskonfektionierte Hemden, Anzüge, Sakkos und Hosen. Weiteres, Herrenakten, Mappen, Taschen für Damen in diversen Ledern, Farben und Qualitäten. Wir bieten unseren Kunden auch einen Schuh-Service an, wie Reparaturen und Auffrischungen. Individualität, Persönlichkeit und Farbe ist unser Credo. Vielen Dank.